herzlich willkommen zu einem neuen video heute geht es tatsächlich weiter mit unserem barren und zwar erste step war ja fahrwerk zweite step waren felgen das heißt dritte step hinter die felgen muss auf jeden fall eine ordentliche bremsanlage und da kommt der her ins spiel wir sind bei der firma katek richtig in schritt genau so und das erste phänomen was wir als allererste mal klären müssen katek k sport eigentlich vertreibt der k sport bremsanlagen richtig wobei auch fahrwerke da hört ja mittlerweile noch viel mehr dazu ja es hat sich entwickelt wir hatten angefangen 2001 da war ich ein student und habe das ganze so nebenberuflich gemacht um ein studium zu finanzieren hatten damals spoiler laminiert und die modelle dafür gebaut die form dafür gemacht und hatten halt wie gesagt somit fahrzeug aerodynamik habe ich mich da selbstständig gemacht und daraus ist es entstanden der ganze aerodynamik mark ging aber irgendwann so dann bach runter mit der 2000er dann die ganze autos immer schöner wurden und so wie jetzt halt voll lakierte stoßfänge hatten und alles dann ja nicht mehr so war wie 90ern oder hat seine stoßstange war eine plastik stoßstange und die ab und was schön ist als gfk dran das war hat es auch gleich viel besser gemacht das war also diese golf 2 auf drei zeiten aber irgendwann waren die zeiten dann vorbei und dann ging der sportmarkt auch mit dieser passantenschutzrichtlinie echten bach runter da haben wir uns dann ich mich auf fahrwerke und bremsen dann spezialisiert und weil wir schon spoiler gutachten macht hat man sich dann so ein hersteller aus taiwan aufgerissen und habe denen den deal angeboten dass wir die gutachten machen für deren produkte weil ich mich schon damit auskannte wie das funktioniert mit einem gutachten für ein produkt zu machen und dafür das hitze vertreiben und seitdem machen wir den carsport vertrieb und der carsport aber einem markenname ist vom hersteller haben wir uns entschlossen uns katek zu nennen weil wir halt schon nicht nur vertreiben sondern wir entwickeln ja auch für den deutschen marken wir messen die autos aus und schicken die daten rüber ans werk die bauen dann entsprechende produkte dafür wir prüfen die hier machen die gutachten und den service und anderem dran und weil das ganze halt dann nicht nur vertrieb sondern auch einen technischen hintergrund hat haben wir uns katek genannt um halt möglichst nah an unserem hauptprodukt zu sein aber trotzdem noch eigenständig carsport also ist eigentlich eine marke aus taiwan carsport ist eine marke aus taiwan die heißen in taiwan auch karsport klingt irgendwie so europäisch wenn ich jetzt gedacht so dass drei waren da sind eigentlich durch durch den ami berühmt geworden weil der ami dort mit dem hauptmarkt ist ja usa ist ein riesenmarkt da drüben die haben ja deswegen hat der dort absätze da können wir davon träumen also die die eigentliche marke carsport gibt es auch in anderen ländern die gibt es auch in anderen ländern richtig und die meisten anderen länder kaufen das zeug halt so wie es ist direkt ab werk und machen den karton nicht auf und verkaufen sagt weiter weil wo hast du sonst das problem wie hier dass du jedes zeug alles testen lassen musst und wenn wir halt so ein fahrwerk auspacken oder so eine bremse und bauen das erstmal ein dann prüfen wir das und merken das ist hinten viel zu weich es geht zwar schon schön tief und dann endet es aber nicht an der stelle weil für den engländer ist es egal wenn es schön tief ist dann ist das cool aber bei uns muss es ja auch gut funktionieren du hast ja ganz andere anforderungen an straßenverkehr und das heißt eure carsportprodukte sind anders als die carsportprodukte wenn ich sie zum beispiel in england amerika und so weiter kauft wird so 80 prozent ja weil ihr selber ein bisschen optimiert wir optimieren die und lassen die quasi nach unserem nach unserem zeichnungssatz werden in so einem so eine zeichnung für das gs fahrwerk das schicken wir dann ans werk sagen sie auf zehn stück davon bitte produzieren für das nächste mal und dann kommt das vielleicht genauso wie ich brauche dann kann ich das fahrig so bestellen wie ich es hier brauche das bedeutet aber nicht dass das exakt dasselbe frage ist wie das was die in usa trüben weil dieses sortiment von carsport ist wirklich krass also ihr könnt alle auf jeden fall mal einmal in den onlineshop reinklicken weil da kann man ultra witzig cool hin und her konfigurieren alleine was ist alles an verschiedenen bremsanlagen in verschiedensten durchmesser verschiedene kolbenvarianten verschiedene farben und so weiter also die möglichkeiten sind ja wirklich unendlich übertrieben gesagt und genau das wollen wir heute klären jetzt zum thema bremse wir sind hier wegen warenbremse mit tüv das heißt für solche autos gibt es auch bremsanlagen direkt mit teilhutachten weil es ist ja zum beispiel so ich kann bei euch im onlineshop auch verschiedene durchmesser durchklicken das heißt zum beispiel für eine super finde ich jetzt 330 356 380 ist das dann alles das gleiche gutachten oder ist das dann immer ein einzelnes gutachten je nach durchmesser der bremse für die autos wo es sich lohnt also natürlich alles was vhg-autos sind oder bmw selbst die japaner viel toyota nissan und so weiter haben wir spezifische teilgutachten für genau die bremse an genau dem auto aber wenn es jetzt irgendwie eine exot ist dann müssen wir ein teilgutachten hernehmen von einem auto was entweder die gleiche achse hat oder zumindest gleiche leistungsgewicht und machen dann noch eine prüfung mehr und das ist ja ziemlich oft der fall weil rechne mal wie viele verschiedene autos wir haben und wie viele verschiedene bremsen pro achse und das ist wenn du dafür jedes für jede einzelfall ein gutachten machen würdest dann hättest du mehr gutachten als alles andere dann bräuchten wir müssen anbauen also das ist ultra deswegen ist es halt schön dass wir für die meisten rennerfahrzeuge die gutachten haben und die als grundlage nehmen können für eine abnahme für die exoten die dann uns auch oft besuchen weil gerade für die exoten sind wir halt der ansprechpartner schlechthin weil das was masse ist da gibt es andere die wir können masse besser und billiger also nicht besser aber billiger oder massenhafter und wir sind aber diejenigen die alles individueller können individuell wie du es bei uns kriegst es wird schwierig irgendwo anders ja das denke ich auch also das ist mein punkt wir mit dem onlineshop auf jeden fall mal durchklicken okay das heißt welche varianten haben wir jetzt für den barrenier also original ist da ja schon gar nicht so klein drauf das ist glaube ich sogar vorne und hinten irgendwas so im bereich 300 mm wo also was ist die kleinste version wie es bei euch losgeht es geht los bei einer 286er bremse die gibt es mit einem vier kolben bremssattel dann und die passt unter 15 zoll felgen die machen 15 zoll felge komplett voll und dann geht es immer pro bremsengröße eine also pro felgengröße immer eine bremse größer okay ja ich würde sagen dass sie mich glänzt mich lächelt dieser glänzende karton so an das heißt das ist jetzt nichts angefertigt sondern das gibt es tatsächlich von carsport so für dieses auto das gibt es für das auto weil in japan ist das auto ja deutlich häufiger zu sehen als hier hinten haben wir ja das problem bei dem auto was heißt problem der hat die trommelbremse in der scheibe drin die hat die trommel in der scheibe das ist kein problem ist eigentlich eine wunderbare lösung weil dann steckst du die neue scheibe einfach drauf und die handbremse bleibt so wie sie ist ein größerer geschiss ist es wenn du die bremse im sattel drin hast weil da hast du einen coolen sportbremssattel und dann musst du versuchen gibt es mehrere wege wie man da die handbrems mechanik mit rein oder noch ein extra sattel immer anbauen oder einen separaten sattel genau aber das bläht das ganze technisch gesehen auf und hier hat es einfach eine dreiteilige scheibe und nicht eine zweiteilige scheibe weil du dann außen in rein bringen dann hast du den topf den du von außen siehst und als drittes teil drin noch die trommel mit dazu da bin ich jetzt auch am meisten gespannt wie das ganze aussieht weil habe ich noch nie in meinem irgendwie verbaut jetzt hast du so von hinten geschwärst jetzt müssen wir weitermachen aber so einen kromkarton habe ich auch lange nicht gesehen das wäre was für unsere nächste blackboard die krombox dann ist da mal ein kleiner alex mit drin aber auch schon mal cool ist also man sieht schon an dem karton finde ich dieses baukastenprinzip weil selbst die kartons ja schon so vorgefertigt sind dass da wirklich alles reingeht mit bremsleitung ein tut das sogar da ist das auch ausgetauscht wir bauen ja alles ab sattel, scheibe, leitung und wir setzen dann einmal alles nachher für dieses auto zum beispiel gibt es ehrlich gesagt auch nicht viele varianten mittel also mir ist keiner einziger andere bekannt oder das wird das supra gutachten haben wir auch für die supra mk3, mk4 und der hier ist ja im endeffekt von bodengruppe her fast supra ok, hinterachse, alutopf, stahl reinbringen und das ist der besagte Topf der hier noch drin ist das ist die stahlbremstrommel für die handbremsbacken werden wir nachher sehen die spreizen sich ja hier rein und da hast du auch zwei getrennte systeme du hast ein trommelbremssystem für die handbremse und hast einen bremssattel für die fußbremse finde ich auch cool weil wenn du alles dann auf denselben sattel vereinst auf dieselbe bremsscheibe dann fehlt dir ja in gewisser weise die redundanz und so ist das ganze halt gekapselt innen drin ich finde trommel, handbremse mega ich habe mich auch wirklich die ganze zeit gefragt wie das mit dem alutopf geht ob das dann ein teil mit dem reibring ist dass es wirklich einzelne reibring gibt oder so macht natürlich sinn mit zwei teilen man kann ja selbst den topf wenn du das willst noch in allen möglichen anderen farben eloxieren lassen das ist jetzt standard schwarz damit es nicht halt so auffällt passt dann auch schön zu den schwarzen sätteln die du dir ausgesucht hast aber selbst den können wir entsprechend in anderen farben eloxieren was ich so auf jeden fall auch noch nicht gesehen habe ist dass der reibring verzinkt ist das ist verzinkt das zink geht zwar weg wenn du das erste mal bremst dann wird sich das zink an der reibfläche beim ersten, zweiten mal bremsen komplett weg sein und dann ist ja dort wo der bremsbelag aufliegt ist die reibscheibe dann halt blank und die bleibt auch blank weil du bremst immer mit auf der selben stelle aber wenigstens ist es dort wo die bremsbeläge nicht die bremsscheibe berühren bleibt schön sauber bleibt das zink drauf und die bremsscheibe gammelt nicht so zusammen wie bei einer normalen stahlscheibe Belege ist auch so ein punkt gibt es ja wirklich man kann ja jeden belag bei euch gefühlt im onlineshop auswählen das ist die standard beläge die street beläge die da reinkommen das ist dann auch von carsport direkt das ist der belag den wir abwerfen haben wir haben drei verschiedene belagsorten abwerk da gibt es street, sport und race und das ist jetzt der normale street belag das ist vor allem auch die hinterakte da werden wir nachher wahrscheinlich den auch benutzen in der vorderachse können wir uns darüber halten was du mit dem auto machen willst und können dann halt einen anderen belag rein bauen es ist aber schon so dass diese carsportanlagen auch mittlerweile wirklich für den rennsport gedacht sind so wie du sie konfigurierst an der vorderachse haben wir zum beispiel eine schwimmbelagerte scheibe mit einem geschlitzten Heibring und wenn wir da dann einen packetbelag drauf machen zum beispiel dann kannst du mit dem ding genauso gut trackdays fahren wie jeder andere und das hält auch so der ganze sattel von Lack deluxieren und so weiter da ist alles kein Problem die hitze ist ja auch mal so ein Irrglaube ist ja nicht im sattel drin so groß teils sondern das was reibt aufeinander ist ja der belag und die scheibe und die beiden sachen die werden extrem heiß aber der sattel an sich der wird nicht so heiß also der ist auch kein spezieller da brauchst du keinen speziellen hitzefesten Lacker oder so und da könntest du theoretisch Bremsart auch mit Autolack lackieren ok die haben sie aus Stahl gemacht ne? das ist Stahl das tauch lackiert der Stahl damit der Lack der da drauf ist nicht so eine gewisse Schichtdicke hat wie wenn du den aufsprühen würdest weil ziehst du den an der Achse fest mit Newtonmetern drum und dran und dann wirken die Kräfte drauf und es arbeitet dann arbeitet sich vielleicht dieser Lack zwischen Anlageflächen weg und dann würde der locker werden deswegen ist der KTL lackiert also katalytisch tauch lackiert damit es nur eine ganz ganz feine harte Lackschicht ist die sich nicht wegarbeiten kann das hat was mit kennt man ja auch von Felgen zu tun ja es ist ja auch immer so Innenseite plus Auflagefläche der Schrauben machen wir ja auch immer nicht mit richtig jetzt wird es cool weil die Sättel die jetzt hier drin sind die sind nagelneu das ist eine neue Generation Sattel du bist einer der ersten der fühlt sich schon mal leicht an so vom Gefühl her also lasst euch von dem Schwarz erstmal nicht abschrecken es ist ein paar Tage vor der S-Motorshow wir mussten jetzt erstmal Schwarz nehmen das heißt ja nicht dass es für immer Schwarz bleibt ich persönlich weiß aber ich werde auf dem Auto Schwarz am geilsten finden das kriegt ja jeder die Bremse so wie es haben möchte und wenn du sagst Schwarz dann wir blenden mal diese diese Titanfarben zum Beispiel ein die es auch gibt hätte ich auch irgendwie geil gefunden so passend so zu dem Auto und so aber so weiß ich wird das auf jeden Fall am geilsten erstmal aussehen definitiv das ist eine neue Schmiede Bremsattel Generation ganz am Anfang wo ich das angefangen hatte waren die Bremsattel zweiteilig mit Schrauben da ist halt immer das Problem bei so einem zweiteiligen Bremsattel wenn du da trittst dann drücken ja die Kolben von innen und von außen auf die Scheibe und dann drückt es den Bremsattel auseinander und dann hast du dann gesehen wie sich die Bremsattel hier in der Mitte das ist nicht nur ein Problem von unseren Bremsattel gewesen sondern allgemein von alle zweiteiligen Bremsattel haben das Problem die spreizen sich dann in der Mitte so auf also hat man dann die Schrauben immer größer gemacht damit wurden die Bremsattel dann immer steifer aber so die richtige absolute Steifigkeit kriegst du nur rein wenn du den Bremsattel einteilig baust das sieht schon geil aus das ist ein Schmiedeteil das ist jetzt schon die zweite Generation einteilige Schmiedesattel und diese zweite Generation macht sich dadurch bemerkbar dass du hier oben drüber diese durch FEM Analyse berechnete organischer Art und Weise der Aussteifung hier oben noch mit hat und hier ist überall Material weggenommen es sieht extrem schlank aus wenn man so drauf guckt man sieht hier förmlich die Kolben noch rausgucken gut ich muss auch sagen qualitativ hier sind so schöne Einsätze drin wo man den Sattel verschraubt Stahleinsätze weil dort drückt ja die Schraube und damit dort die Auflagefläche sich nicht ja irgendwann ausarbeitet weil es halt aus Alminium wäre hat man hier Stahlbuchsen eingegossen ok so Variante 1 jetzt geht es weiter mit Variante 2 das war jetzt 330mm das ist eine 330er Scheibe mit 32er Breite ich denke mal deine Jungs wissen wie wo was wohin kommt das kann ich hier alles so unsortiert einfach nutzen wir durcheinander das ist eine Challenge das kriege ich hier schon ich will nicht wissen wie viele Rämsanlagen hier schon verbaut hat weil ich denke mal dass die das Carsport schon deutlich verbreiteter ist als man einkriegt naja bei den Exoten Fahrzeugen wie gesagt schon ok vorne gleiche Thema Alutopf Durchmesser 356 x 32 ist der du hast zwar gesagt du hättest gerne Löcher drin gehabt aber ich hab dir dann quasi vorgegriffen und hab gesagt nehmen wir den geschlitzt weil der Schlitz ist ja nicht für die Kühlung da oder so genau wie das Loch ist auch nicht für die Kühlung da sondern das Schlitz und Löcher neben den Staub und das Gas und alles was sich oder wenn sich mal Wasser drauf befinden sollte Feuchtigkeit das nimmt so ein Schlitz oder so ein Loch alles auf und die drehen sich ja sowieso in die Richtung dass hier quer keine Luft durchströmen kann oder will und ein Schlitz macht einfach den Belag einmal sauber einmal sauber ne schält den so einmal ab man sieht nämlich auch der Schlitz ist nämlich eigentlich genau gegenläufig zu den Schlitzen die hier drin sind das ist ein oft gemachter Fehler also oftmals sehen wir dann Fotos wenn uns Leute irgendwie habe ich auch schon mal gemacht Fotos schicken ja die Bremse macht nicht das was soll dann sagen wir dann baue sie mal richtig rum ein weil die Kanäle innen drin das ist die Kühlung und die Kanäle gehen so rum die gehen in die Richtung die Schlitze gehen anders rum und es hat auch einen Grund damit sich nicht der Schlitz mit dem Kanal gleichsinnig überlagert und dort eine schwache Stelle bilden würde kreuzt der Schlitz den Kanal und wenn die so rum dreht dann fächern die Schlitze innen drin also diese Kanäle die Luft wie so ein Turboladerverdichter von innen nach außen weil die Fliehkraft will ja auch von innen nach außen das wird doch unterstützt durch die Richtung der Kanäle innen drin und dann ist so rum die Rotationsrichtung das heißt wir haben jetzt gerade rechtes Rad da ist nach vorne das heißt diese Schlitze laufen von der Theorie her entgegengesetzt die laufen eigentlich so rum wie man es nicht vermuten würde aber dem Schlitz ist es Wurst wie rum er denn den Belag reinigt ja klar dem Kanal innen drin ist es oder der Luft ist es nicht egal wie rum sie durchströmt jetzt haben wir hier das besondere sagtest du schon für das Thema Verschraubung wir haben hintenrum wenn du die hintere Scheibe nochmal streifen möchtest da siehst du die durch die Anbremstrommel sehen wir es halt schlecht da sind die drei Teile mit M8 Schrauben fest miteinander verschraubt wir haben hinten eine dreiteilige Bremsscheibe wo alle drei Teile zentrisch ausgerichtet sind und die bilden eine feste Einheit an der Vorderachse wo aber 80 Prozent der Bremsleistung landen oder 70 wenigstens weil beim Bremsen geht das Auto ja vorn runter hinten wird angehoben die Nase vom Auto drückt sich auf den Asphalt und entsprechend hast du vorne auch eine größere Bremse mit mehr Bremskolben Oberfläche da vernichtest du an der Vorderachse den Großteil der kinetischen Energie und wandelst dir in Wärme um und die Wärme lässt den Reibringen sich ausdehnen und makroskopisch gemessen siehst du wirklich wie das hier Reibringen Millimeter ausdehnen das ist Wahnsinn wenn der richtig heiß ist wie groß der wird und diese Größen Differenz zwischen dem Stahlteil und dem Aluteil die will irgendwo ausgeglichen werden zwar sind die Löcher alle größer als die Schrauben die dadurch passen das heißt selbst wenn der fest verschraubt ist können die Teile aufeinander lang gleiten und dann hört man so eine mehrteilige Bremse aufs Knistern wenn sich das ausdehnt aber wenn man so verschraubt wie hier dann ist Durchmesser Differenz zwischen dem Teil und dem Teil kein Thema mehr weil das schwimmend gelagert ist kennst du vielleicht beim Motorrad da sind die Teile ja auch nicht fest sondern liegen auf den Nuten und die Nuten zeigen alle zur Mitte hin die Nuten zeigt nach hier die Nuten zeigt nach da die zeigen alle nach da das heißt beide Teile können nicht so sich irgendwie zueinander verändern sondern immer nur weg vom Zentrum oder hin zum Zentrum das heißt die der eigentliche Reibring ist jetzt übertrieben gesagt gerade nur drauf gesteckt hier und kann jetzt auf diesen Pads hier ein bisschen hin und her gleiten die Schraube hält mit dem Block fest auf dem Alutopf das ist quasi eine feste Einheit und der Reibring hat Nuten die auf den Blöcken liegen und der kann nach außen gleiten nach innen gleiten kann größer und kleiner werden aber in keine andere Himmelsrichtung kann der weg und dadurch dass sich beide Teile im Durchmesser frei voneinander verändern können sind Spannungen kein Thema wofür ist er jetzt? ist das hier irgendwie gewuchtet? wenn man es ganz ganz fein machen will so wie hier dann verbaut man dann verschraubt man beide Sachen miteinander und trotz dessen dass das Aluteil CNC gedreht ist und keine Unwucht haben kann und der Reibring ja auch übergedreht ist aber in der Gussform ist ja Sandguss kann ja der Kanal mal ein bisschen kleiner sein als der andere Kanal und dann werden die Reibringer an sich wie du hier siehst schon mal grob vorgewuchtet das sind hier außen so Wuchtfräsungen drin so ist er normal und das ist eine Wuchtfräsung und nachdem beide Teile miteinander verheiratet werden gehen die im Werk nochmal auf eine Feinwuchtmaschine Ach krass und dann machen die eine Klammer rein mit der entsprechenden Grammanzahl und Wuchten den Reibring nochmal fein das Scheibe ist jetzt hinter mittlerweile so nehmen wir den hier und raus die Kartons haben wir ja auf jeden Fall angetan ja weil das halt so so Baukasten mäßig alles reingeht und das uns interessiert ja eigentlich auch sehr gut dagegen ist jetzt auf den ersten Moment nicht groß aber liegt auch wieder an da stecken wir mal auf die Scheibe drauf in diesem krass dezenten Design finde ich persönlich aber gut also ich bin eher der Typ der eine große Scheibe mit einem kleinen Sattel hat als so beste Beispiel ist diese die allerneuesten Keramiken so 420 und sowas wo du gefühlt die halbe Felge und eine Bremsattel hast weiß ich nicht ich finde es nicht ich finde es nicht so geil aber halt immer neben der normalen Bremsattel ich meine es ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht der hat sechs Kolben mit Staubschutzmanschetten die gibt es auch ohne Staubschutzmanschetten die Sattel wenn man jetzt Rennstrecke fahren will und man hat halt glühende Scheiben und Beläge dann sind diese Staubschutzmanschetten hier hinten für den Rennstrecken Junkie manchmal hinterlich und schmelzen dann deswegen gibt es auch eine Staubschutzmanschettenfreie Variante die hat dann doppelte O-Ringe drauf aber das ist die wartungsärmere Variante und selbst die taugt auch für Trackausflüge ein Punkt habt ihr zufälligerweise eine Waage hier wir haben eine Waage eine Versandwaage oder so mich würde es mal reizen also ich denke mal ich kann euch natürlich jetzt gerade nicht zeigen wie leicht der Sattel so ist weil der ist schon leicht wir holen die Waage dann her dann können wir die ausgebaut haben und legen wir die mal drauf und also man ist meistens immer Sattel gewohnt man ist meistens immer Sattel gewohnt mit Belag drin dann wird es natürlich wieder schwerer aber selbst der Sattel so an sich schon für die Größe 6 Kolben ist ja schon der ist noch leichter als die vorhergehende Generation und sogar noch steifer 30 Prozent ein letzter Punkt Thema Auslegung Kolben macht da auch Carsport Unterschiede von Fahrzeug zu Fahrzeug oder gibt es den Sattel nur mit diesen Kolben wir haben ja den Sattel zwar aus dem Gussrohling aber die werden mit verschiedenen Bremskolben Größen so gefräst dass die halt auf die Autos mit dem Hauptbremszylinder Durchmesser achso also ist schon so dass es den Sattel auch mit anderen Bremskolben gibt es auch mit anderen Bremskolben kann sein wenn wir jetzt irgendwie was weiß ich für einen BMW einbestellen dass da auf einmal andere Kolben werdet ein krasses Beispiel ist ein Smart oder so wenn du in Smart den Bremssattel verbauen würdest so wie er ist dann trittst du halb ins Leere weil die Verdrängung vom Hauptbremszylinder viel zu klein ist um die großen Kolben anzutreiben so wie wenn du mit einem Pfennigabsatz irgendwo rein trittst in irgendwas weiches deswegen sind die Smart Bremsättel zwar vom selben Gussrohling her gemacht haben aber kleinere Kolben drin damit das halt da zum Auto passt das ist mal ein krasses Beispiel das heißt wenn ich das richtig verstanden habe von der Theorie einfach nur andere Belege drauf und ich kann auch ein bisschen Rutschrecke fahren wir werden ja nachher ein Blag rein machen denke ich mal der irgendwo einen Kompromiss darstellt wir machen mal einen EBC Yellow rein die EBC Beläge die werden auch quasi für unsere Bremssättel gebaut in der Größe wie wir sie brauchen und der ist halt ein schöner Kompromiss der hat einen hohen Keramikanteil der bremst kalt genauso gut wie heiß und hat aber eine höhere Bremsleistung und auch ein Temperaturfenster was höher reicht wie ist der vom Geräusch her? hört man den schon? ganz egal auch die Schlitzer viele sagen immer Schlitzer hörst du dann irgendwie brummen aber ja du hörst die brummen wenn du eine Vollbremse machst aber wie oft machst du eine Vollbremse? für den wäre auf jeden Fall wichtig dass man nicht so dieses Innenstadt gefahren das hört sich an wie eine Eisenbahn das hast du bei extremen Rennbelegen hast du das? weil da kommt es nicht drauf an ob die Dinger quietschen oder nicht das liegt daran dass wenn du einen Belag mit einem extrem hohen Reibwert hast und wenn du die Beläge noch ganz leicht anlegen musst an die Bremsscheibe dann hast du noch genügend Spiel dass da an die Bremsscheibe das Singen anfängt oder der Belag und dieses Quietschen das sind so Mikroschwingungen sind das wenn du mit dem Reibwert runter gehst und da mehr Pedaldruck brauchst dann presst du das Paket so krass zusammen dass er nichts schwingen kann also Quietschgeräusche sind immer dann ein Thema wenn ein Rennbelag zu viel Reibwert hat zu viel wohlgemerkt für die Straße für die Rennsteiger ist es total Wurst da will man das haben da muss er ja nur eins können nämlich auch nicht bremsen ja also optisch hast du mich auch schon mal überzeugt ich würde sagen eine Seite ran und dann können wir nämlich auch die Originale und die hier mal wiegen und dann schauen wir mal aber was halt witzig ist der hat echt sogar hinten glaube ich eine größere Scheibe als vorne wie jungen ist diese vordere Scheibe schwer ja können wir messen mal ich meine irgendwie knapp knapp unter 300 und knapp über 300 knapp 295 Form genau die ist glaube ich und eine 308, 310 oder irgendwas hinten in dem Dreh witzig ne werden sie einfach nur deswegen gemacht haben weil garantiert der Innendurchmesser von der Handbremse so groß ist ne ja für die Trommel ok ja wir fangen mal an jetzt denkt man erstmal boah ist der leicht jetzt muss halt noch der Fairness halber Belege und die Leitung dazu ja also 14,4 ist für eine 356er Bremse all in auf jeden Fall auch schon leicht ist gut oder muss man wirklich sagen die Scheibe ist ja auch dick ne wie dick ist sie hier? 32 32 ist ja auch schon eigentlich guck mal die original ist auch die ist auch dick deswegen ist sie auch so schwer komm wir legen sie mal noch den alles zu mal drauf na sei her 2 Kilo cool also pro Rad also 4 pro Achse sogar hintenrum wird es nicht ganz so eklatant sein hinten wird die Scheibe auf jeden Fall ja hinten wird die Scheibe auf jeden Fall 5,5,8 das werden so 7,5 sein würde ich sagen 8,3 was war das? 5,8 ne? ja ja legen wir hier wir können ja gleich hier alles zusammen machen obwohl der Sattel hat das ist nämlich nur einzeln mach mal kurz den Sattel mach mal kurz den Sattel warte 2,25 5 wollen wir mal alles zusammen machen zurück den Sattel einmal drauf dann können wir hier komplett einmal volles Programm machen 12 gegenüber 9 hm 3 schwerer das heißt summa summarum ist es tatsächlich so dass wir eine viel viel größere Bremse haben mit viel viel mehr Kolben aber gerade mal 2 Kilo mehr haben am ganzen Auto am ganzen Auto vorne sparen wir 2 Kilo ein hinten aber 3 Kilo mehr gegenüber Serie macht halt diese absolut dünne Scheibe hier ne ja auch alles richtig gemacht ich sag mal das sind ja Kilos die sich auf jeden Fall lohnen werden ne? an der richtigen Stelle alles klar jetzt kommt sie ran ne? 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 wir haben es mit vereinten Kräften innerhalb der Zeitvorgabe geschafft also heute ist ja noch das Thema wir müssen ja noch einbremsen wir müssen noch eine Bremsprobe machen das wird die ganzen TÜV-Sachen alle dann auch eingetragen kriegen und so deswegen habe ich heute mal mitgeschraubt und 2 Mann mit 2 Achsen das ging jetzt in wie viele Stunden waren es? 4 Stunden oder so? ja mit Entlüften und allem ist es dann am Ende ja schon aber ich sag mal Bremse immer lieber ein bisschen Zeit lassen gewissenhaft machen als jetzt irgendwas draufkloppen und am Ende ja man muss auch mit ein bisschen lieber einbauen das ganze das Baustelle weil ihr habt ja selber für so ein Lexus so eine Bremse auch noch nie verbaut für genau das Auto in genau der Größe nicht aber das ist ja gerade das Ding du hast ja 500 verschiedene Fahrzeugtypen du hast pro Achse 6-7 verschiedene Größen an Bremsen die du machen kannst also aber hat es jetzt so gepasst wie vom Hersteller geschickt? es hat so gepasst wie es sollte es musste nichts hier gedreht gefräst angepasst oder irgendwas werden einfach ran und fertig das hat alles wir haben jetzt hier bei den Bremsschläuchen noch ein bisschen mehr Scheuerschutz drauf gemacht als das vorgesehen war weil hier Achsschenkel dort ist der Stabby oder der untere Querlenker hier die dann irgendwo im Weg sind und damit es da nicht angehen kann haben wir hier noch so ein bisschen Pochierschlauch rundherum gemacht ich finde das aber schön wenn das ein bisschen ja das ist wirklich mit Liebe verbaut hier du halt Gedanken machst wo du am Ende dann noch was ein bisschen perfektionieren kannst weil so ein Ding lenkt ja auch gerade vorn längst da, längst da geht hoch, geht runter und so ein Bremsschlauch der soll ja ein Autoleben lang halten also wäre nichts schlimmer als wenn der trotz großer Bremse ins Leere tritt weil so ein Schlauch sich irgendwo aufgeschaut hat Optik vom Topf und von der Scheibe finde ich auf jeden Fall geil hat irgendwie was das ist schön zusammen so ja auch dieser schlanke Sattel auch so dass man hier so durchgucken kann finde ich auch irgendwie cool also klar schlanker Sattel macht es natürlich jetzt in Summe wieder kleiner eine andere Sattel überleg mal wie viel dicker der hier überall aufbauen würde aber wir wollen es ja leicht und schön haben das sind ungefähr die Massen richtig so hinten haben wir jetzt sogar schon eine Felge drauf ja Luft Sitzpass wackelt in der Luft wir hatten ja vorher an dich quasi in Vertretung die Querschnittszeichnung geschickt und du hast hier weitergeleitet an MB-Design so dass die ja die Felge entsprechend so fräsen konnten dass das Ganze aneinander vorbeigeht also es ist immer gut wie in einer Beziehung oder wenn man miteinander redet nicht dass dann hinterher erst alles wenn es fertig ist dann nicht zusammenpassen hab ich gemacht ja hab ich gemacht aber hier ist auch krass geworden sieht aus wie so ein Käfig wenn du hinten durchguckst wenn dir einen coole Namen entfällt für die Affenbremse ja könnt ihr die Leute mal reinschreiben also wir brauchen einen Namen für diese ich sag jetzt mal Forged Generation die hier so ein bisschen bionomisch aussieht wie auch immer da braucht ihr einen Namen für wobei jetzt Forged schon verbrannt ist der Name die vorhergehenden Bremssättel waren ja auch schon Schmiedesättel und das waren ja schon die Forged Sättel und das sind dann Lightweight Forged aber wir wissen nicht wie wir das nennen wollen Forged Plus Forged Plus ja den Zuschauern wird bestimmt was einfallen wie die neue K-Sportlinie heißen soll geil ja aber hinten die Bremsgröße finde ich auch gut ist jetzt nicht zu übertrieben ich finde vom Verhältnis her sieht der hintere Bremssättel größer aus als der Vorder also ich finde so für den hinteren Sattel finde ich schon ganz schön ja weil die Scheibe kleiner ist auf der kleinen Scheibe wirkt der Sattel dann wahrscheinlich so etwas größer aber klar wie du schon sagst vornherum fühlt es die Felge mehr aus als hinten was ja technisch auch Sinn macht das Ding ist vorne schwerer als hinten vorn ist der Motor vorn ist das Getriebe alles und vorn ist auch dann die Kraft wenn du am Ende bremst und das Ding nickt nach vorn deswegen brauchst du vorn noch mehr und das stellt sich auch optisch so jetzt entsprechend stimmig dar wie oft kommt das vor dass ihr direkt Bremsen auch montiert weil Großteil wird ja schon online an der Art sein ja wir sind ja hier im Raum Leipzig und die Hauptabsatzgebiete sind schon so Ruhrpott Münchener Raum oder Hamburg oder so also die ganzen großen Ballungsgebiete da versenden wir als Meister hin und halt so ins deutschlandnahe Ausland aber es kommen schon ab und zu auch Leute von weiter weg her gefahren und lassen ihre Autos mal pro Woche 2-3 Mal oder so ist das schon der Fall ok ja jetzt kommt noch ein letzter Punkt und zwar René wird gleich das Kantaner Schwert anreißen hast du den Schaltkoffer dann schon gesehen das ist die Legende wirst du gleich sehen was müssen wir machen zum Einbremsen ne so eine Bremse will ja entweder normal eingefahren werden also entweder du fährst so zwei Tankfüllungen normal das geht auch dann schleifen sich halt die ganzen Reibauerflächen aufeinander ein du hast jetzt einen neuen Belag du hast eine neue Scheibe die sind alle noch nicht aneinander gewöhnt also der Belag ist dann total rau die Scheibe ist auch einfach nur übergeschniffen quasi ist nicht rau aber Mikro gesehen passt das noch nicht aufeinander und wenn du jetzt zwei Tankfüllungen normal fährst und du siehst dass erstens die Oberflächenbeschichtung und auch der darunter liegende Schliff weg ist und das ist alles so eine spiegelnde Oberfläche dann kannst du davon ausgehen dass sich die Reibpaarungen gefunden haben dann sollte man es nochmal richtig warm bremsen damit auch so flüchtige Bestandteile wie Lacke, Öle und so ein Zeug alles mal ausdampft dann qualmt die mal einmal und dann ist für den Rest des Bremslebens eigentlich Ruhe dann hast du erwärmt, du hast sie ineinander eingeschliffen ok also eigentlich muss man jetzt nicht irgendwie einen bestimmten Zyklus oder so fahren muss man nicht aber wir haben jetzt keine zwei Tankfüllungen Zeit wir haben heute ein bisschen Zeitdruck deswegen machen wir jetzt eine beschleunigte Einbremsprozedur die du auch machst wenn du jetzt ein Ding auf dem Track bewegst machst auf dem Track neue Scheiben drauf, neue Beläge kannst du nicht zwei Tage lang fahren also guckst du das irgendwie schnell machst und die schnelle Variante sieht so aus du bremst 30 mal in Folge zählst bei jeder Bremsung bis 3 21, 22, 23, lässt los fährst weiter fährst ungefähr so einen halben bis einen Kilometer damit die Bremse sich nach der Bremsung wieder ein bisschen abkühlen kann und dann bremst du wieder drei Sekunden lang und nach 30 mal bremsen bist du mit der Sache durch also eine halbe Stunde vielleicht dann als letztes noch weswegen Zeitdruck weil der TÜV ist nämlich im Haus das wird mir auch noch eingetragen heute dafür muss die Bremse logischerweise eingebremst sein weil der macht eine Bremsprüfung und eine Bremsprüfung mit einer nicht eingeschliffenen Bremse ist halt auch nicht so geil das wäre schade um die Bremse weil umso besser du die einfährst desto länger hast du halt Freude dran an dem Teil ist wie ein neuer Motor wenn du den schön schonend original gut einfährst dann lebt der am Ende länger als wenn du den gleich auf den Kopf gibst aber bei mir sind leider die Motoren die gleich auf den Kopf kriegen die wissen gleich was Phase ist die halten immer gut die gewöhnen sich direkt dran ja ok ich würde sagen dann bevor es nicht dunkel wird weil dann können wir nicht mehr filmen würde ich sagen let's go wir wiegen den jetzt noch kurz die Jungs stellen gerade die Radlastwagen drin damit wir sehen was hat das Ding an Nährgewicht und wie weit müssen wir es ausladen wir brauchen ja die nötigen Nachweise dass es an dem Auto funktioniert ok das heißt für die TÜV-Buchung ist auch relevant dass wir das Auto fast voll beladen fahren wir müssen es ausladen wir müssen einmal unbeladen, beladen, kalt und warm das ganze bremsen und da gibt es halt Prozeduren dafür da wird ein Messgerät reingeklipst wo die Bremsverzögerung gemessen wird und das muss halt gewisse Mindestwerte erfüllen die ganzen anderen Sachen was Betriebsfestigkeit angeht bringt die Komponenten ja schon mit das haben wir ja schon nachgewiesen im Laborversuch aber jetzt hat der Prüfer sich halt den Einbau angeschaut sieht dass es so wie es reinpasst und es muss auf dem Auto noch die Anforderungen für den Straßenverkehr erfüllen und dann ist es durch ok dass es das erfüllt ist eigentlich von vornherein klar aber in dem Land hier musst du alles immer nachweisen also es ist immer besser als Serie und weit weg von der Mindestanforderung aber es will halt alles dokumentiert sein ok, let's do it so René, die ersten Meter im Goldbarren hier Bremse bremst aber also Luft ist raus das ist doch ein guter Druckmann ich sehe uns schon auf dem Bild zerwerk hier Alter sieht man was bei den Lichtverhältnissen? ja naja wir machen erstmal die Anbremsprozeduren aber im schlimmsten Fall wenn man die Bremse gar nicht einbremst sondern direkt Rennstrecke gibt ihm ist im Arsch naja was heißt im Arsch ja also ich ich habe es noch nicht riskiert also wäre ja schade um das Material wenn du es einfach so ohne einzubremsen auf die Rennstrecke gibst wir bremsen eigentlich immer ein entweder fahren wir halt Piano für 1-2 Tankfüllungen im normalen Alltag ohne dann eine Vollbremsung machen zu müssen und betrachtet die halt danach als eingeschliffen und man sollte sie halt dann nochmal einmal schön warm fahren oder wir machen halt so wie jetzt diese Warmbremsprozeduren aber dazu brauchen wir also eine grüne Ampel so richtig komplett eingebremst ist ja auch wenn du jetzt noch noch weiter fährst dann würde es jetzt noch besser werden was so ein Pedalgefühl und Verzögelung angeht wir hatten allerdings jetzt 1,7 und 1,56 G das ist schon echt krass also das ist schon gut das ist mega höh 200 ich lasse ihn wieder ausmachen 3,2,1,1 boah aber ich muss sagen es fühlt sich auf jeden Fall extrem gleichmäßig und gut an also das Auto zieht mehr nach links noch nach rechts was ja bei so tiefen Fahrwerken auch immer so eine Sache ist ja und ich glaube er bremst auch recht stark von hinten auch mit das fühlt sich nicht so als wenn der so vorne über die Räder schiebt sondern schon als wenn er sich so einfach auf dem Boden saugt richtig und die Hinterachse hilft dann auch schön mit wenn so eine Hinterachse zu klein dimensioniert ist dann hast du zwar so diesen Leitwerkeffekt dass das Hecke halt niemals blockieren kann und immer das Hecke eine Spur hält quasi aber du verschenkst halt auch echt viel Meter dabei ja und wenn so ein ABS wirklich vier Kanal regelt dann kann die Hinterachse ruhig mehr mithelfen weil jedes Rad wird einzeln an der Blockiergrenze gehalten dann muss man die nicht mehr mechanisch so dermaßen auf Vorderachsebremse trimmen wie es früher halt der Fall war in 80er oder 90er also Bremse eingefahren und Bremsprüfung auch bestanden läuft richtig also René Tag ist vorbei mich hast du definitiv überzeugt ich find's cool passt bremst sieht geil aus vielen vielen Dank dafür alles eingebaut alles fertig jetzt geht's zurück nach Hannover und ich würde sagen bis zum nächsten Mal tschau macht's gut